Jo Leute, von KuchenTV Uncut, was geht alter? Fühlt sich im Stream auch gar nicht komisch an, wenn man das einfach mal sagt. Ja, Unholy hier, da haben wir uns ja schon mal das Video zu Alpha Kevin angeguckt und jetzt gucken wir, wie die Meinungsblogger über KuchenTV denken, meine Freunde. Wir schauen einfach mal. Danke für das fette Feedback zum letzten Video über Alpha Kevin. Oh, ist der leise. Auch danke nochmal an KuchenTV, Jude mit Maske und Alpha Kevin. Fällt ja zum Glück auch nicht auf, dass das Video einfach 50.000 Dezibel zu leise ist. Alles gut, ich mach mal hier plus 10. Kevin selbst für die ganzen Reactions auf dieses Video. Und dass ich gewünscht würde, machen wir heute nochmal selbiges Spiel mit Kuchen. Oh, warte mal, ich muss das hier erstmal einstellen. Junge, Alter. Fällt das nicht auf, dass das Feed zu leise ist? KuchenTV selbst. Zuallererst möchte ich aber nochmal kurz auf die Kritik eingehen. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte diese Umfrage absichtlich nur Leuten geschickt, die negativ zu Alpha Kevin stehen. Dem kann ich aber so nicht zustimmen. Ich habe diese Umfrage wirklich weit verbreitet. Mehrere Meinungsblogger angeschrieben. Hallo, Ed Meinungsblogger. Äh, eine Sache, das ist DMB. Achso, das ist einfach so. Ach, okay. Und auch zum Teilen aufgerufen. Es werden gut 20 bis 30 Personen diesen Link erhalten haben. Das Problem ist nämlich nicht, wer wurde gefragt, sondern wer hat geantwortet. Das für mich wohl größte Probleme... Ja, das Problem ist halt einfach auch generell, dass Leute natürlich bei sowas wahrscheinlich auch eher mitmachen, wenn sie halt jemanden kritisieren können, als wenn sie jemanden loben. Ähm, ja, weil es ist einfach so, ne? Ich meine, wann bewertet ihr zum Beispiel, keine Ahnung, Lieferdienste oder so? Ich meine, wenn das Essen richtig lecker war, dann denkt ihr euch so, ja, man war geil. Und wenn es scheiße war, dann denkt ihr euch so, jeder muss jetzt wissen, wie schlecht dieses Essen war. Und dann bewertet ihr das halt. Die Barriere, die ich zwischen mir kleinen 300, also jetzt danke an euch übrigens, 400 Sub-Youtuber, ähm, zwischen mir und einem KuchenTV aussehe. Es ist für mich einfach nicht alltäglich, dass ich fremde Leute anschreibe, um sie etwas bitte. Blöde Erziehung aber auch. Dazu möchte ich mich aber auch nochmal bei Alpha Kevin entschuldigen. Ich hab mich einfach zu sehr von den Meinungen aus dem letzten Video schon im Vorhinein leiten lassen. Bro, bleib bei deinem Moment. Bleib, wer du bist. Denn wenn es dir selbst gefällt, dann ist es immer noch das Beste und das Wichtigste. Der Lieblings in Alpha Kevins Videos, der war gut. Oh Mann. Ja, natürlich, diese Trollantworten sind natürlich halt, äh, ja, nicht so, nicht so cool. Ich sag mal aber an sich, äh, ich mein sowas wie der war gut, ist halt wenigstens irgendwo noch lustig. Muss verdienen. Wobei ich sagen muss, dass in ein paar waren schon extrem witzig. Die Endcard, man weiß, dass es vorbei ist. Vor allem diese Endcard, da musste er, glaube ich, auch selbst lachen, das war klasse. Ich muss aber auch leider sagen, dass KuchenTVs Umfrage, obwohl sie am Anfang echt gut lief, dann am Ende doch die typischen Trollantworten bekommen hat. Dieses Mal wurde die Umfrage übrigens weitaus weitergeteilt. Ich habe sie unter anderem Barco, Jasnero und KuchenTV selbst auf Instagram geteilt und auch wieder zum Teilen aufgerufen. Alpha Kevin habe ich sie jetzt nicht. Ja, ich hab den Link übrigens auch dann weitergesendet. Ich weiß gar nicht an wen, Alter. An Alpha Kevin, Da Vinci und ich weiß gar nicht, vielleicht Jasnero oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht direkt geschickt, weil ich erst auf seine Reaction auf mein Video warten wollte. Aber KuchenTV hat ihm dann auch den Link geschickt und vielleicht hat er sogar teilgenommen. Ich hoffe, ihr könnt das auf jeden Fall verstehen, dass ich mich so entschieden habe. Da diese Umfrage aber wesentlich weitergeteilt wurde, kann man hier zumindest meiner Meinung nach eher von einem Konsens und einer Meinungslogger reden, auch wenn nicht jeder abgestimmt hat. Ich hoffe allerdings, dass wir... Ja, aber sowas finde ich tatsächlich ja wirklich sehr, sehr schade, muss ich halt zugeben, weil ich finde das Format an sich tatsächlich halt sehr, sehr cool, dass man mal so anonym dem Gegenüber sagen kann, wie man über ihn denkt. Also ich sag das halt sowieso, auch ganz offen raus, wenn jetzt irgendwer ein scheiß Video macht, dann macht der ein scheiß Video, auch wenn das ein Alpha Kevin ist, mit dem ich ja relativ cool bin. Das ist mir kackegal so, ne? Da wird drauf kritisiert, wie was geht, aber andere taunen sich vielleicht nicht oder möchten das halt nicht so. Und deswegen finde ich so ein Video eigentlich relativ cool. Finde ich dann aber halt auch sehr schade, dass da halt viele einfach nicht mitmachen und so, ne? Weil wie gesagt, so eine Umfrage, wie lange dauert das? Keine Ahnung, drei, vier Minuten oder so? Also, ähm, ja, da hat eigentlich jeder Zeit für und im Endeffekt hat man dann ein cooles Format, wo man dann vielleicht auch mal selber drin vorkommt. Äh, ja, finde ich dann eigentlich, finde ich sehr schade. Das wird sich in der Zukunft und die anderen Blogger werden auch teilnehmen. Nun ja, kommen wir zu den Fragen. Am Ende der Umfrage habe ich diesmal übrigens einen Feedbackbogen angehauen. Dieser hilft mir natürlich weiter, das Format noch etwas zu verbessern und ein bisschen Feedback direkt von dem Meinungsbloggen zu erhalten. Ich habe übrigens für alle dieses Formular unten in der Beschreibung verlinkt, wo ihr die Ergebnisse für euch selbst nachlesen könnt. Bei Alpha Kevin werde ich das aber nicht machen, weil hier explizit nach persönlichen Daten gefragt wurden. Wer es bei der neuen Umfrage persönliche Daten angegeben hat, der ist selbst schuld. Ich bitte euch aber, das Video komplett zu schauen, bevor ihr zur Umfrage geht. Watchtime und so. Also, erste Frage. Schaust du KuchenTV auf einer Skala von 1 bis 10? Wie gut findest du KuchenTV? Auf einer Skala von 1 bis 10? Wie gut findest du seine Entwicklung über die letzten 4 Jahre? Wenn angegeben, begründe deine Antwort über die Entwicklung. Wie findest du KuchenTVs Humor? Fünftens, was gefällt dir an KuchenTV? Sechstens, was gefällt dir nicht an KuchenTV? Siebtens, dein Lieblings-KuchenTV-Video. Achtens, dein Nicht-Lieblings-KuchenTV-Video. Und neuntens, was würdest du KuchenTV sagen, wenn ihr jetzt miteinander reden würdet? Die Feedbackfragen am Ende helfen mir, wie gesagt, das Format noch weiter zu verbessern. Musik ist auch ein bisschen laut, oder? Hallo, hört ihr mich noch? KuchenTV, nein, seriously, ich hätte ein bisschen mehr Abwechslung in die Fragen gebracht und vielleicht auch eher spezifische Fragen zu den YouTube gemacht, wie wie findest du das in das Format? Stimmt, das wäre eigentlich echt ganz cool. Wenn ich das umsetzen lässt, dann werde ich in der Zukunft doch mal schauen. Ebenso gut, ich von Kommentarschreiben bin aufgefordert, doch bitte doch die Namen von den einzelnen abstimmenden Personen zu sammeln. Ich werde mich aber weiter dagegen wehren, weil ich finde, so eine Art Klarnamenpflicht, kann man ja eigentlich schon sagen, würde das Abstimmungsergebnis verändern, weil sonst könnte jetzt ein KuchenTV zum JustNaro hingehen und sagen, ey, warum hast du so scheiße für mich abgestimmt? Finde ich nicht so geil. Bevor wir zu den blanken Zahlen kommen, möchte ich aber noch einen Shoutout an jemanden starten. Danke an den Jude, der die Umfrage so ernst genommen hat, wie Da Vinci das nett in seinem Slogan. Oh Mann, Alter. Äh, weißt du, bei solchen Leuten weiß ich immer nicht, was bei dem falsch gelaufen ist, Alter. Da freut es mich richtig, dass bei mir läuft und bei ihm wahrscheinlich nicht. Oder das war Da Vinci. Da Vinci hat mir sogar geschrieben, naja, nimm gleich teil, Alter. Überall, selbst in... Ja, war er wahrscheinlich nicht. Feedbackpunkt, minimale Punktzahl angegeben, das Wort Hurensohn inflationär gebraucht. Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass sein Ergebnis ungefähr so viel wert ist, wie die Freundschaft zwischen Bibi und ihren Fans. Na dann, los geht's. Auf die Frage, schaust du KuchenTV, haben 64% gesagt, gelegentlich. 21% sagt, ja, sie schauen KuchenTV. Mal, wie viel sind denn 14% von 14 Einer, oder? Ne, wie, 2, ne? Einer müsste 7% sein dann. Ja. Und der Rest sagt dann nein. Auf eine Skala von 1 bis 10. Wie gut findest du KuchenTV? Bis auf eine Bewertung von 1... Okay, wie gut findest du KuchenTV? Eigentlich sogar ziemlich gut, ne? Ja, einfach Kevin hat natürlich 10 abgestimmt, das ist klar. Dann 9, 8, 7. Ja, so ein bisschen... Also die 1 ist ja weg quasi. Also gibt's ja nur eine 2. 2, 3. Und der Rest ist ja eigentlich sogar relativ positiv, ne? Zumindest mal so mittel. Also find ich eigentlich ganz gut. Aber es geht auf jeden Fall fit. Also ich geb mich damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Die meisten sind halt so bei 6. Also so ein bisschen im positiven Mittelbereich so. 1, die von dem Hurensohn-Dude. Sieht das doch eigentlich richtig positiv aus. Kronenv ist im guten oberen Mittelfeld angekommen. Die Frage nach deiner Entwicklung sieht ähnlich gut aus. Die Leute bestellt... Ja gut, irgendwer hat dann noch... Guck mal, das aber auch... Da würd ich halt gerne mal verstehen. Also einer hat ja... Also ein Troll hat natürlich 1 gedrückt, aber ein anderer hat ja normal 1 gemacht. Also da würd ich mich ja wirklich gerne mit dem auseinandersetzen und wissen, oder auch mit dem 3 und 4, wo meine Entwicklung denn so scheiße ist. Also keine Ahnung, wenn du mal so schaust, was ich in den letzten 4 Jahren gemacht habe so. Also vor 4 Jahren. Da bin ich z.B. zu einem Drachenlord gefahren. Ich hab Adressen geleakt. Ich hab Leute beleidigt. Und ja, gemobbt jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall schon beleidigt und so weiter. Und heutzutage mach ich sowas ja gar nicht mehr und kritisiere halt ordentlich. Und ich steh endlich vor der Kamera und hab nicht mehr diese Drecksbilder. Also keine Ahnung, natürlich muss man mich halt nicht gut finden. Alter, ey, Ace Galaxy United, Dankeschön für die 5 Subs, Ehrenmann. Natürlich muss man mich halt nicht gut finden oder die Entwicklung super, aber also es ist doch ganz objektiv zu sehen, dass es auf jeden Fall positiv ist. So. Also keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mich negativ verändert hätte. dass du dich verbessert hast. Aber da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Obwohl man die nächste Frage ausfüllen sollte, wenn man die davor ausgefüllt hat, also ob die Entwicklung gut oder es schlecht ist, haben es tatsächlich weniger Leute geschehen, die Entwicklungsfrage weiter zu beantworten. Danke. Die Begründungen zu deinen Entwicklungen lauten wie folgt. Es gibt zwar vereinzelte Videos von früher, die ich übertrieben feiern kann, aber to be honest, ich finde deine Videos vor der Kamera sehr angenehm. Emotionen und teilweise auch Empathie, die mir vorher immer gefehlt hat, kommen jetzt deutlich besser rüber. Eine meiner Meinung nach recht gute Entwicklung, auch wenn ich jetzt den Schnitt ab schon mal schlecht... Na, das ist doch Just Nero, Digga. ...einige Beiträge gehen auch weiterhin in diese Richtung, aber es gibt auch andere Meinungen. Der neue Schnitt, wie es hier gerade mal genannt wird, wird hier positiv sowie auch negativ erwähnt. Guck mal, das zum Beispiel mit der Videoqualität verstehe ich irgendwo auch nicht. Also natürlich jetzt vor der Kamera zu stehen, ist jetzt halt qualitativ nicht das Krasseste, was man machen kann. So, aber inwiefern ist die Qualität denn gesunken? Weil wenn du dir mal anguckst, was ich halt früher gemacht habe, dann waren das ja einfach nur Bilder, die von links nach rechts gefahren sind und die sich dann halt abgewechselt haben so. Und ich meine, ich habe mir sogar extra eine krasse Kamera gekauft. Und natürlich mache ich jetzt vielleicht weniger Schnitte und so, aber ich finde das persönlich einfach viel angenehmer, halt, wenn man vor der Kamera ist. Und ich finde, da muss man halt auch gar nicht so viel schneiden. So, das bringt einfach gar nichts. Jetzt zum Beispiel, wenn ich die Videos schneide, dann denke ich mir auch immer so, hm, okay, wo könnte ich jetzt noch was einfügen, wo könnte ich was machen? Ähm, oder was einblenden oder so. Aber es lohnt sich halt schlichtweg einfach meistens gar nicht. Es gibt einfach faktisch nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das muss aber unbedingt rein. So, und warum soll ich dann so aus Zwang irgendwie 80% des Videos mit irgendwelchen Bildern voll klatschen, wo man mich dann am Ende auch nicht mehr sieht? Ähm, ja, und dann, äh, ja, war es das einfach. Weißt du? So, er begann mehr über andere Meinungsblogger zu machen. Mach ich eigentlich auch nicht. Also nicht auf dem Hauptkanal auf jeden Fall. Klar, es geht als Kritik, das ist kein Tabu, aber es ging teilweise sehr ins Irrationale, teilweise in seine Argumente, beziehungsweise in der Art zu argumentieren, heute nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Ja gut, das ist halt subjektiv, weiß ich nicht. Da kann ich nicht zu sagen, da, also kann, man bringt ja leider keine Beispiele, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Von langweiligen, mit two keyframes produzierten Videos zu aufwendigerem, ansehlicheren Stuff. Hä? Aber diese two keyframes produzierten Videos war ja früher und heute mache ich aufwendigere, ansehlichere Stuff? Aber die Videoqualität ist doch gesunken. Warte mal. Ist das quasi das, was ich früher gemacht habe? Und das heute? Hä? Ich checke irgendwie die Bewertung halt nicht so ganz. Aber hier steht ja auch heute nicht mehr so gut. Hä? Aber irgendwie das, keine Ahnung. Ach sind, ach das sind zwei verschiedene. Ach lol, ach so. Ja Digga, kennzeichne das doch richtig. Was ist das denn für eine komische Umfrage? Okay. Wie gesagt, die Umfrage ist in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zum Punkt, wie gut findest du KuchenTVS Humor? Und hier muss ich gleich sagen, wenn ich diesen Punkt nochmal mit reinnehme, werde ich den definitiv genauso aufschlüsseln, wie den vorangegangenen Punkt. Denn ganz ehrlich, nicht mal ich könnte mit diesen Zahlen etwas anfangen. Ja toll, Alter. Ja, weiß ich nicht. Also die eine Eins kann weg und dann ist das gar nicht mal so schlecht. Lass das einfach kurz auf euch wirken. Ja gut, manche feiern halt meinen Humor und manche halt nicht. Also von daher, was soll man da großartig zu sagen? Man kann halt nicht jedem... Bist du wirklich nicht, wie ich dies interpretieren soll? Kuchen, entscheide doch für dich selbst, wie du da... Ja gut, ich meine theoretisch bin ich, also wenn man die Eins da wegnimmt, dann habe ich eine Eins und eine Fünf. Dann habe ich fünfmal die Vier, aber nur viermal die Zwei und zwei Dreien. Das heißt, ich bin leicht im Positiv. Ich habe einen Schnitt von 2,9 oder so. Okay, mal gucken. Seine Thumbnaids sind angenehm und auch einheitlich. Gut, das ist ja Kev, damit habe ich nichts zu tun. Ich brüste mich gerne damit, aber das ist natürlich nicht meins. Humor, abwechslungsreicher Content, Spiel, Spiel, Schach im Stream. Geil, Alter. Seine Humor ist nicht gerade schlecht. Die Themen, die er behandelt, sind teilweise recht interessant. Allerdings fand ich ihn früher, also vor seiner Entwicklung, tatsächlich um einiges besser, sowohl videotechnisch als auch die Kunstfigur an sich. Ja gut, klar, man ist halt so ein bisschen... Man ist ein bisschen weniger... Man hat ein bisschen weniger Ecken als früher. Wenn ich so überlege, ich habe ja früher halt, wie gesagt, sehr viel beleidigt und so weiter. Und klar, das war natürlich nie ernst gemeint, aber es sind halt trotzdem an sich Beleidigungen so. Und heute ist so dieses, dass man so aneckt, sage ich mal, ist heute einfach gar nicht mehr. Also man ist von der Kunstfigur halt einfach, sage ich mal, so runder geworden. Und klar, dass das einige vielleicht dann nicht so feiern, das kann ich halt komplett verstehen. Aber ich meine, ich mache das ja auch nicht mehr, weil ich mir denke, okay, ich will jetzt irgendwie in die YouTube-Szene rein oder ich will jetzt von allen gemocht werden, sondern ich bin halt einfach erwachsen geworden. Keine Ahnung, das ist halt... Das finde ich halt auch voll komisch. Also hätte mir das einer vor sechs Jahren gesagt, dass ich diese Videos halt irgendwann nicht mehr lustig finde, hätte ich auch gedacht, Digga, bist du behindert? Das ist einfach meine Art. Aber die Art ändert sich halt nun mal mit der Zeit so. Und da kann man halt nichts gegen machen. Aktivität und Recherche. Ebenso. Um hier noch ein Beispiel vorzulesen. Sehr Spaß. Unter anderem seinen Humor. Das kann man sich meiner Sicht nach auch als Erwachsener durchaus gut geben. Jedoch ist das, glaube ich, ein sehr spezieller Humor. Auch sein Umgang mit der Kritik. Er fragt regelmäßig in seinen Community-Tippen nach Kritik und setzt diese gegebenenfalls auch um. Man kann sich seine Videos einfach extrem gut geben. Die nächste Frage. Was gefällt dir nicht an KuchenTV? Und hier gibt es, wie KuchenTV sagen würde, Strebeantworten. Deine Einblendungen wären auf einem Niveau wie die bei einem Anfänger. Hier werde ich auch noch als Vergleich... Ja, das stimmt. Also das muss ich halt tatsächlich auch zugeben. Aber ich weiß auch gar nicht, wie ich die sonst so cool einblenden soll. Also ich habe das jetzt im neuen Amazon-Video, was übrigens ab 18 gestellt worden ist nach 20 Minuten und ich das nach dem Training neu hochladen durfte und das deswegen jetzt keine Klicks hat. Habe ich es mal anders gemacht. Und zwar, wenn jetzt Einblendungen kommen, dann mache ich immer am Anfang und am Ende in dem Video, wo das drüber liegt, mache ich so Gausche-Unschärfe drauf, die halt langsam steigt. Also so hoch geht, dann sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Gebe ich aber zum Beispiel absolut zu. Also ich weiß auch nicht, wie ich die halt jetzt cool einblenden soll. Also das sieht dann halt quasi so aus wie bei Unholy jetzt, dass einfach der Hintergrund unscharf ist. Und ich versuche jetzt zum Beispiel auch sehr oft nur so Videoschnipse, sage ich mal, einzublenden, die ich einfach halt unten zeige im Video. Also quasi hier unten, damit mein Gesicht halt noch frei ist. Ja, aber da muss ich auf jeden Fall zustimmen. Also da kann ich auf jeden Fall noch arbeiten. Da muss ich mal gucken, wie ich das umsetze. Ich habe jetzt erst mal mit dieser Gausche-Unschärfe, arbeite ich erst mal. Und ja, vielleicht mache ich noch einen Schlagschatten drauf oder so. Schlagschatten gehen immer. Dann gucken wir mal. Also danke. Ja, warte, was ist da noch? Frame für Frame zurückgehen ist echt anstrengend, wenn das hier ein 800.000 FPS Video ist. Ansonsten finde ich einige Themen von ihm recht langweilig, aber da äußerst subjektiv herrschen ist. Auch als Vergleich genannt. Also danke. Die Themen seien langweilig. Wobei der Schreiber schon angemerkt hat, dass das subjektiv ist. Dazu werden auch... Ich fand das Hate-Kommentare-Video von Unholy eher langweilig, weil er halt einfach Hate-Kommentare vorgelesen hat. Ja, keine Ahnung, fühle ich halt irgendwie nicht. Seine Sketche und diese Witze, ich finde, die bewirken genau das Gegenteil von Auflockern eines Videos. Man sollte vielleicht einsehen, dass man nicht gerade der Lustigste ist und das nicht immer wieder auf Krampf versuchen. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich halt überhaupt nicht verstehe. Ich meine, erst mal ist Humor ja immer subjektiv. So, das heißt, keine Ahnung, du feierst das vielleicht nicht, aber das ist ja halt genau mein Humor, sonst würde ich das ja halt nicht machen. Alter, 9-11 oder was? Alter, heftig, Tim Gra. Ähm. Das heißt, alleine da muss man ja schon sagen, es ist halt einfach mein Humor. Und genauso auch, es werfen mir halt immer wieder Leute vor, dass halt meine Witze so rüberkommen, als wenn ich die irgendwie so auf Krampf einbaue. So, aber wenn ich aus Krampf Witze einbaue, dann würde ich das doch in jedem Video machen. So, ich meine, jetzt mal realistisch gesehen, in wie vielen Videos so habe ich Sketche drin? So, vielleicht in einem von fünf oder sowas. Und keine Ahnung, deswegen kann das ja schon, also kann natürlich trotzdem aus Krampf sein, dass ich mir sage, jetzt muss aber einer rein, aber dann würde ich das doch viel öfter machen. So, ich schreibe halt das Skript, dann habe ich irgendwie im Kopf mal einen lustigen Sketche, wie zum Beispiel bei diesem Amazon-Ding, wo ich dann da mit meinem Teddybär im Bett liege oder sowas, wegen diesem Explosion-Kondom zum Beispiel. Das finde ich dann ganz lustig so. Und dann baue ich das halt ein. Aber wenn mir nichts einfällt, dann versuche ich jetzt auch nicht aus Krampf irgendwie das Skript durchzugehen, um zu gucken, okay, wo könnte ich jetzt noch irgendwas einbauen? So, das finde ich immer so ein bisschen schade, weil Leute gehen so davon aus, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das Humor einfach objektiv ist. So, ich meine, du musst meinen Humor nicht feiern. Ich weiß selber, dass viele mich auch nicht lustig finden oder einige auf jeden Fall nicht. Das ist ja komplett normal. Ich finde zum Beispiel auch Mario Barth unlustig, trotzdem füllt der Stadien. So, wobei Mario Barth ist schon wirklich sehr unlustig. Sketch und Witze bemängelt. Wobei ich sagen muss, dass es hier immer noch ein paar sehr, sehr Gute gibt. Vor allem dieses Mensch, so spät. Ach, ich wollte mich so nach oben bringen. Ach, damals, Alter. Die Jogginghose habe ich übrigens immer noch, ne? Du kommst laut ein paar Menschen sehr toxisch und arrogant vor. Das Commentary kommt mir in einigen Videos. Warum das Commentary? Meint der jetzt in Kuchen Talks? Oder? Vor allem in Videos, in denen andere YouTuber handelt werden, mit denen KuchenTV sowieso nicht wirklich sympathisiert. Da fällt das natürlich dann mehr auf. Ja, kann sein, dass ich manchmal vielleicht vor der Kamera so ein bisschen zu aggressiv bin. Oder wenn ich jetzt einen Punkt habe, der mich wirklich aufregt, dass das da ein bisschen toxisch rüberkommt. Das kann ich schon annehmen, auf jeden Fall. Seine Titel seien übertrieben und eine... Seine Titelwahl ist meiner Meinung nach oft übertrieben. Zum Beispiel noch mehr Minecraft-Pedokanäle und wem sie gehören. Hätte man wahrscheinlich anders nennen können, gebe ich auf jeden Fall zu. Und mir persönlich gefallen sein Schnittstil nicht. Er blendet viel zu wenig ein. Und bei seinem Format Cake News finde ich es sehr unlustig, wie er sich kleidet. Ja, gut. Das ist natürlich jetzt wieder sehr subjektiv. Also bei den Titeln, klar, man versucht natürlich halt schon hin und wieder auch Titel zu nehmen, die natürlich den Zuschaueranregenheit da drauf zu klicken. Das ist natürlich halt klar. Wobei ich sagen muss, ich finde schon, dass das irgendwo auch ein bisschen Minecraft-Pedokanäle sind einfach, weil, ja, da wird in Minecraft halt mehr oder weniger Sex mit Zwölfjährigen suggeriert. So, das ist schon sehr kritisch auf jeden Fall. Und mir persönlich gefallen sein Schnittlicher blendet zu wenig ein. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Also ich überlege auch immer, okay, was kann ich noch einblenden. Aber wenn es halt nicht gibt, dann finde ich es besser, wenn ich einfach mit dem Gesicht halt vor der Kamera bin. Und ich meine, da ist ja auch dann genug Action, sage ich mal, weil man sieht meine Mimik, ich bewege mich ja auch, ich spreche und so weiter. Und ich finde, das reicht. Man muss halt nicht auf Kampf irgendwie viel mehr einblenden. Und ja, das mit der Kleidung bei den Cake News. Ich sage mal, ja, es gibt da so 10 Prozent der Leute, die feiern das halt einfach nicht. Ich mache das ja auch nicht in jedem Cake News, sondern halt nur, wenn ich irgendwie was habe, wo ich denke, ja, man, das könnte lustig sein. Verstehe ich absolut. Das ist halt nicht jedermanns Humor. Aber die meisten feiern das in den Kommentaren. Also voll oft sind die Top-Kommentare auch lustige Sprüche, die sich auf das, was ich anhabe, in den Cake News beziehen. Also das feiern, glaube ich, schon relativ viele. Aber klar, ich kann das komplett verstehen, dass es für manche auch einfach nur cringe ist oder halt einfach überhaupt nicht deren Humor. Dronung ebenso. Ich möchte diesen Punkt jetzt auch nicht sprengen, vor allem nicht mit diesen riesigen Mehrzeilen. Oh, was? Ja, guck mal, das macht er in den Hintergrund. Was soll das denn? Ne, da will ich eigentlich schon drauf eingehen. Ach, Junge, und da geht es auch um das Kuchen der Volkspost-Video. Ich mache ja mal ganz kurz den Desktop aus. Ich bin nämlich gerade im schwarzen Loch. So, jetzt gehen wir hier nämlich selber auf die Umfrage, Alter. Ich will nur gucken, nicht, dass hier irgendwelche Daten oder sowas von mir geleakt werden. Aber ne, das geht, glaube ich, alles. Okay, das ist die Umfrage. Ist auch nochmal in der Kommentare-Dings. Ähm... Dankeschön. So, dann wo war das denn? Das war hier, oder? Oder war das... Warte mal. War das jetzt schon, das nicht gut ist? Ich finde, Kuchen der Volks ist eine interessante Persönlichkeit, Bruder. Danke, Alter. Das ist ja mein... Das ist ja mein KKB-Gas-Part bei Connection lustig, fand. Jetzt weiß ich halt absolut, wer das ist. Naja. So, ähm... Ich glaube, das hier, oder? So, warte. Ich finde es unter anderem ein wenig komisch, wie er auf das Kuchen der Volks-Post-Video eingegangen ist. Es war größtenteils Blick, was Feiergurten gesagt hat und größtenteils auch faktisch richtig. Nein, war es nicht. Er hat einfach nur Bullshit gelabert. Ich hatte bei ihm das Gefühl, dass er... Oder beziehungsweise, er hat ja nicht mal nur Bullshit gelabert, sondern vieles, was er gesagt hat, das wusste man ja vorher schon. Zum Beispiel mit diesen... Mit diesen Geldspenden so. Ich meine, das ist ja kein Exposed. Das war ja schon öffentlich. Das habe ich ja sogar selber schon in Videos gesagt gehabt. Und er stellt das so hin wie, ja, ha, ha, das habe ich selbst rausgefunden. Ich hatte bei ihm das Gefühl, dass er bei Feiergurten sehr voreingenommen reingegangen ist und direkt eine Meinung über das Video hatte. Vor allem bei der Aussage, als Feiergurten meinte, wenn ich gefühlt der gesamte Inhalt deiner Internetpräsenz bin, weil du mich überall ansprechen oder gegen mich sticheln musst. Er blendet dazu noch vier Screenshots ein, welche das beweisen sollen. KuchenTV geht darauf total negativ ein und sagt, er blendet vier Screenshots an und sagt, meine Internetpräsenz. Ja, KuchenTV, es waren lediglich Beispiele von ihm, wie Feiergurten sagt. Acht bis neun Mal waren. Und wie viele soll er denn noch einblenden? Naja, im Endeffekt ist es ja trotzdem einfach falsch. Ich meine, ich bin ja, dadurch, dass ich halt von YouTube und so weiter lebe, mache ich ja sehr viel im Internet. Und selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, in der Woche acht, neun Sachen mal poste, wo Feiergurten irgendwie vorkommt oder in einem Video mal einen Spruch habe oder so, dann ist das vielleicht ein Prozent meiner Internetpräsenz oder sowas. Also ist das halt komplett übertrieben. Und ja, je mehr Beispiele halt, desto besser. Und wie gesagt, die Screenshots waren ja auch komplett dumm, weil das waren ja Screenshots auf der Gamescombe, Gamescom-Party mit Alpha Kevin zum Beispiel. Da gab es ja dann sowieso auch diesen Feiergurtenbezug von uns beiden halt, ne? Ich denke, er sollte einfach als ein Beispiel sein, vor allem, weil später im Verlauf des Videos noch mehr dazu gesagt wird. Ach so, das war es schon. Ja, jetzt können wir uns hier aber auch alles kurz durchlesen, oder? Interpretiert Fakten und informiert sich teilweise nicht richtig gut. Das ist halt, wenn man keine Beispiele hat, kann ich dazu nichts sagen. Seine momentane Wirkung und auch hier seine Art teilweise mit Kritik umzugehen. Anstatt dagegen zu argumentieren, kommt ein Dazu muss ich ja nichts sagen. Oder man fasst sich generell nur an den Kopf, was für jeden außer einen verblendeten Kuchen-TV-Fan, der aufgrund seines Alters noch nicht in der Lage zu reflektieren und sein Idol zu kritisieren, ziemlich befremdlich wirkt. Hä? Ich gehe doch eigentlich auf alles ein. Also ich gucke mir doch sogar den Streams jedes Video an, was über mich hochgeladen wird. Und argumentiere da ja sogar alles. Danke, Bruder. Seine Empathielosigkeit, er kann sich nur in andere Leute hineinversetzen und tritt manchmal auch Gefühle von anderen mit Hüsten und triggert mich generell manchmal mit unüberlegten Aussagen. Digga, das ist halt einfach Kuchen-TV und das ist schon richtig. Er kommt mir oft arrogant und abgehoben vor. Tut mir leid, Digga, da. Liegst du leider falsch. Manchmal zu eklig im Stream rülpsen oder äußert sich zu Frauen nach dem Äußeren. Die würde ich knallen. Ist daran jetzt irgendwas verkehrt, quasi zu sagen, dass ich eine Frau attraktiv finde und mit ihr Sex haben würde? Naja. Boah, Humor-Videos, Edit-Style, alles in seinem Edit, what the fuck? Wie kann man so hart verkacken? Audiospektrum. Was will er mir damit sagen? Hä, was Audiospektrum, Digga? Was willst du von mir? Art, Arroganz, Uneinsichtigkeit. Ich hab erst... Er hat gesagt, mein Feature für Connocton ist schlecht geschnitten. Aha. Langweilige Videos. Langweilige Videos. Bringt nichts Besonderes. Überdramatisiert. Kann Stil nicht... Kann Stil still nicht schneiden. Junge, fügt mal Musik hinzu. Unkreativ. Ja, aber vielleicht will... Keine Ahnung, ich glaube, der trollt, oder? Aber ich will auch gar keine Musik in meinen Videos. Keine Ahnung, ich fühle das irgendwie nicht so. Äh, gut. Das hatten wir schon. Das ist ein echter Name. Geil, Alter. Feier ich auf jeden Fall. Okay, was haben wir hier noch? So einen richtigen Efallenden, KuchenTVs-Kanal habe ich nicht. Was ich doch positiv anmerken kann, ist, dass ich durch langer Zuschauer fühle, dass er mittlerweile gute Message in wenigen Videos mitgibt. Ja. Aber auch krass. Ne, guck mal, so... Diese positiven Sachen sind immer so richtig kurz. Außer das hier. Das können wir weglassen, so. Und die negativen Dinge sind halt nur so lange Texte, Alter. Das ist halt genau das, was ich meine. Weißt du, man kritisiert Leute halt eher, als sie zu loben. Das ist auch genauso. Ich habe da auch letztens mit einem Kollegen drüber geredet. Irgendwie, wenn du deinem Kollegen einfach sagst, dass irgendwas cool ist oder so, oder dass du den nice findest, wie auch immer, weil ihr seid ja befreundet, deswegen kann man sich wahrscheinlich auch viel loben. Ist das irgendwie so komisch, oder? Wenn du jetzt einfach so kommst und sagst, ey, du bist ein geiler Typ, das, was du da und da gemacht hast, richtig geil. Aber wenn du ja was falsch gemacht hast, du kannst ihn in 10 Minuten kritisieren, das ist dir egal so. Du denkst gar nicht darüber nach, das ist irgendwie richtig komisch. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Richtig dumm eigentlich. Sollte doch eher andersrum sein, oder? Ach, Mensch. Die hier geschrieben wurden. Aber ich möchte noch kurz auf den Punkt eingehen, dass eine Person deine Empathielosigkeit angesprochen hat. Ich kann das zwar schlicht nachvollziehen, da ich mich eher in der Gelegenheitszuschauerszene bei deiner Community sehe. Aber da das gefühlte das einzige Mal war, wo dies angesprochen wurde, musste ich das einfach mit reinnehmen. Auf jeden Fall wird hier gesagt, dass du dich öfters nicht in andere Leute reinversetzen kannst und deren Gefühle mit Füßen trittst. Sollte das stimmen, würde ich auf jeden Fall daran was ändern. Ungeachtet dessen kommen wir jetzt aber zu den Lieblingsvideos. Das erste fand ich direkt super. Das Geigei-Video. Oh mein Gott, wie viel Nostalgie da drin steckt. Ah Junge, zwei Millionen Klicks, Alter. Dem Schreiber ich nur zustimmst. Dazu kommt, dass mir relativ egal ist, relativ dumm Video. Oh Gott, allein wegen dem Titel musste das auf jeden Fall kommen. Dazu der Klassiker, wo du deinem Freund auf der Bühne bankst und die LaVou-Fails-Reihe. Das ist nicht mal mein Video. Also, theoretisch nicht. PS, bitte lernt schreiben, Leute. LaVou mit A und einem O. Oh mein Gott. Wow. Auf jeden Fall viele positive Einsendungen, denen ich nur zustimmen kann. Und jetzt zu deinen Nicht-Lieblingsvideos. Und ja, ich hab die Kategorie eben genannt. Auf jeden Fall gefällt dir eine Person gar kein Kaffee und Kuchen. So, ja, ich lese es einfach mal vor und gehe drauf ein. Ich glaube, das ist einfacher, weil er wird wahrscheinlich nicht alles sagen. Das Video, wo er eben versucht zu kritisieren, ist aber nicht hinbekommt. Ja gut, also ich finde schon, dass ich ihn ganz gut kritisiert habe. Alles, was mir nicht interessiert, zum Beispiel FIFA Gaming. Gut, das ist ja, was soll ich dazu sagen. So ziemlich jedes Kaffee und Kuchen gefällt mir nicht. Ja, da muss ich aber auch zu sagen, also ich finde auch bei Kaffee und Kuchen muss ich auf jeden Fall noch lernen, richtig Interviews zu führen. Also ich merke das bei mir halt auch selber, dass ich es halt noch nicht so ganz hinkriege, irgendwie so ein Gespräch am Laufen zu halten. Also meistens kommt so minimal eine Diskussion zustande oder so. Und dann, sobald ich halt zum nächsten Punkt wechsle, dann ist man so, ja, wie machen wir jetzt weiter, weißt du? Und dann ist man so aus dem Redefluss einfach raus. Da muss ich halt noch an mir arbeiten. Aber ich sage mal so, es gibt ja auch erst irgendwie neun Stücke oder so. Zum Beispiel bei, hier bei, wie heißt der denn? Bei Jo Olli habe ich das, finde ich, ganz gut hinbekommen sogar tatsächlich. Und ja, bei den anderen, das muss man halt erst trainieren. Das ist ganz klar. Also ich denke, dass ich das irgendwann auch deutlich besser hinkriege. Das sind halt die ersten Folgen. Deswegen ist es immer schwierig, wenn man schon sehr groß ist, was Neues auszuprobieren, weil du meistens nicht die Qualität hast, die du für deine Größe eigentlich haben solltest. Ja, deswegen, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Was ich als Bundeskanzler ändern würde, verstehe ich auch nicht. Das wurde von voll vielen kritisiert. Ich meine, ich habe nur gesagt, was ich ändern würde. Ich glaube, viele haben das auch falsch verstanden, weil voll viele haben mir auch vorgeworfen, ja, als Bundeskanzler kannst du aber nicht allein entscheiden, was du machst. Nein, natürlich nicht. Aber das wären so die Dinge, wofür ich mich einsetzen würde. Gurkensons Lügenstatement. Ich weiß nicht, ich kann Gurkensons jetzt auch nicht feiern oder sowas, aber ich fand das Video relativ toxisch, kommentiert und allgemein, dass das Video zur Hälfte mit Indizien geführt wurde. Ja, aber es ist doch gut, oder nicht? Ach ja, gut, das sind Indizien. Ja, okay, aber ich habe auch immer wieder Beweise gebracht. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich subjektiv. Und wenn man ein Format nicht schauen möchte, dann sollte man es auch nicht schauen. Ja, aber die Menschen sonst teilweise... Wollen wir zum Zukunft noch einen Kaffee und Kuchen machen? Susi Grime ist zum Beispiel geplant. Susi Grime ist beispielsweise geplant. Held der Steine ist geplant. Jetzt muss ich selber überlegen, Alter. Held der Steine, Dings? Oh, wer war denn noch geplant, Alter? Irgendwer noch? Ich, keine Ahnung. Boah, muss ich überlegen, Alter. Simon Will war auf jeden Fall auch noch geplant, ja. Mois ist geplant. Ja, Gio. Also, es gibt auf jeden Fall noch einige. Also auch nicht wirklich bestimmte Videos, sondern eher Themen, die sie nicht interessieren. Andere Einsendungen sagen aber wiederum dein Firegoodenex-Post-Videos. Ach so, da gibt es doch eins oder was? Wo ist... Da steht doch gar nicht Firegoodenex-Post, hä? Dein Kuchen-Talks 210. Ich glaube, das war CSGO und das Video zu Imp. Aber ich wurde darum gebeten, zumindest eine Antwort zurückzuziehen. Die Einsendung mit der Reaction auf mein Kuchen-TV... De9 plus eine Minute drei für Kuchen-TV und die Sperrung in Reaction-Notiz konnte nicht gerade die rationalste Entscheidung sein, habe gerade nur leider auch nicht allzu viel Zeit. Hä, wie? Kuchen-TV und die Sperrung in Reaction. Warte mal, da will ich jetzt... Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Das sagt mir wirklich gerade gar nichts. Kuchen-TV und die Sperrungen... Auf Kuchen-TV Uncut. Ach lol, von... Von Unholy. Sogar tatsächlich. Ah, ist der Cloud das eingereicht, oder was? Hä, und was ging's denn da? Lautsdustau... So ne... Und ohne Gleitgeld die Popperze geweihtet. Rein Twitch-Bankassiert. Ich will's vert... Hä? War das da, wo ich auf Twitch gebannt worden bin? Ich weiß gar nicht, Alter. Hm. Und die Sperrung. Das Schreibling hat's wohl verpeilt, also diese Einsendung bitte nicht beachten. Und zur letzten Kategorie... Gott, wie lang dieses Video schon ist. Ja, wie lang, Alter? Ja, sieben Minuten. Scheiße, ey. Mensch, ey. Auf jeden Fall. Was würdest du Kuchen-TV sagen, wenn du jetzt gerade mit ihm reden würdest? Und hier gibt's tatsächlich einige gute Tipps für dich, Tim. Beispielsweise, dass du die Kameralichtempfindlichkeit manuell regulieren sollst, etwas Hintergrundmusik verwendest und vielleicht etwas bessere Belichtung nutzen solltest. Aber du solltest aufhören, Leuten ihm etwas zu unterstellen. Warte, 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 warte. Achso, das ist wieder, was ich verbessern kann. Gut, das gucken wir uns am besten wieder in der Umfrage selber an, würde ich sagen. Ich vertraue meinem PC überhaupt nicht, wie ihr seht, deswegen mache ich das lieber wieder aus. Da können wir uns gerne mal alles angucken. Achso, das ist das, wenn ihr miteinander reden würdet. Okay, wenn du nochmal einen Schach gegen mich, dir einen Pro-Player ranholst, banne ich dich vom Server-Capper. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du mal wieder irgendetwas organisierst, wo viele mitmachen können. Zum Beispiel Schachturnier ohne ein Minus-Blogger-Turnier. Ja, so Schachturnier hätte ich tatsächlich eigentlich sogar ziemlich Bock. Müsste man mal gucken, ob man das Ganze irgendwie organisieren kann oder nicht, weil ich bin jetzt auch nicht der krass Connecteste, muss man ja dazu sagen. Aber das würde ich schon sehr, sehr feiern. Hey Tim, ich finde deine Entwicklung persönlich gar nicht so schlecht. Chapeau für deinen Schritt. Ich kann mir die Videos von dir gerade einfach nicht mehr geben, da du in diesen immer unsympathisch herüberkommst. Das ist nur eine subjektive Einschätzung von mir. Die Zahlen sprechen ja offensichtlich dagegen, aber bitte unterlass diese Sketche, ist nicht so mein Ding. Okay, kann ich auf jeden Fall annehmen. Stell deine Kameralichtempfindigkeit manuell ein, benutzt Hintergrundmusik, kümmere dich um deine Belichtung und bleib bei Fakten und da stelle nichts. Ja gut, ich meine, es ist ja immer noch ein Minus-Blog so und wenn man seine Meinung rüberbringt, dann unterstellt man halt manchmal. Ich finde es halt nur wichtig, dass man das auch klar sagt. Ich habe ja zum Beispiel in dem Gurken so ein Video auch gesagt, ja, das ist natürlich kein Beweis, nur ein Indiz und ja, damit ich das halt auch einfach drin habe, weil ich das schon wichtig finde, dass du sagst, guck mal, ich trinke gar nichts. Und ja, die Lichtempfindigkeit habe ich jetzt auch manuell gestellt. Ja, habe ich vorher immer irgendwie verkackt. Hintergrundmusik, ich weiß nicht, man, ich feiere Hintergrundmusik irgendwie nicht so. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Ich meine, du hast dann halt ein Lied, das geht drei Minuten und dann nimmst du ein neues Lied oder nimmst du das gleiche nochmal. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, um ehrlich zu sein, wenn die Videos so 20 Minuten gehen. Aber meine Videos haben halt noch nie Hintergrundmusik gehabt zum Beispiel. Ja, kümmere dich um deine Belichtung. Ich habe halt einfach zwei Softboxen da stehen. Also ich finde, es geht jetzt. Gerade auch, wo ich das manuell einstelle, finde ich, ist das schon deutlich besser geworden. Es haben auch viele gesagt, dass ich meine Lichter im Hintergrund synchronisieren soll, aber ich weiß nicht, wie das geht. Also ich habe die quasi in einem Raum gepackt, die Lichter. Und wenn ich die gleichzeitig anmache, sind die trotzdem nicht synchron. So, hä? Keine Ahnung. Kehle wieder zu deinem alten Stil zurück. Zumindest, ich fand den damals besser. Versuch mal mit anderen YouTubern zu machen. Das kommt prinzipiell immer gut an. Und du kommst in gewisser Weise geselliger und mehr auf den Boden geblieben rüber. Ähm, ja, da will einer, dass ich ihn pushe. Aber er will das nicht so sagen. Deswegen hofft er einfach, dass ich ihn nehme. Wenn du auf Kritik stößt, dann geh mit Gegenargumenten drauf ein. Was du auch teilweise in Videos über Hanauleys Ansage gemacht hast. Ja, das mache ich doch immer, oder? Ich hasse in der Betonung das Wort hüüüüü. Ich würde ihm sagen, dass er nicht mehr so voringenommen in Videos reingehen soll, wenn es gegen ihn geht. Auch wenn er bereits mit der jeweiligen Person eine Vorgeschichte hatte. Das mache ich doch auch gar nicht. Aber vieles, was halt da erzählt wird in solchen Videos, ist halt dann einfach Bullshit. Ich glaube, die jeweiligen Personen sind eher schlecht eingestellt wegen den Vorgeschichten. So ist das nämlich. Es ist schwierig, aber wenn man weiß, dass wir vorhin genommen reingehen, dann sollte man meiner Sicht das gleich lassen, weil da nur Mistball rauskommt. Das ist halt auch kein Beispiel da, ne? Reagier auf meine Videos. Moin, du bist dieser KuchenTV, wo man in Braunschweig am besten feiern kann. Schwierig, Digga. Äh, okay, da brennt nicht schwer. Das Thema ist überhaupt kein irgendwie nicht mehr so ansprechend. Deine Kaline, wie zum Beispiel KuchenTV Ancut, schaue ich gerne mal rein. Ja. Einen Kuchen schaue ich sehr gerne, weil du, wie ich finde, eine sehr interessante Person bist. Ja. Du kommst mir manchmal arrogant rüber. Hm, verdammt, Alter. Ja, keine Ahnung, manchmal bin ich halt schon arrogant. Das gebe ich halt doch selber zu. Das Ding ist an sich, ich hasse Arroganz des Todes so wirklich. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die sich irgendwie als was Besseres fühlen. Aber, ähm, wo ich es halt wieder feiere, dass man arrogant ist, ist zum Beispiel so bei Hate-Nachrichten. Zum Beispiel, wenn, letztens habe ich auf Twitter gelesen, so irgendeinen Drachenhater dazu geschrieben. Ja, hier, ne, der hat sich beschwert, dass er mit KuchenTV kein Geld mehr verdient, obwohl der sowieso genug hat. Und dann hat er auch noch Schulden, wie dumm kann man sein. So, und dann habe ich ja auf Instagram einfach so ein Bild von meiner letzten Auszahlung gepostet, ne, von diesen 12.000 Euro. Natürlich kommt das übelst arrogant rüber, aber ich weiß da ganz genau, dass wenn dieser Drachenhater das sieht, dass ihn das einfach des Todes triggert, ähm, weil der halt nichts im Leben hat. So, und so bei diesen ganzen Hatern und so weiter und Leuten, die dich halt wirklich einfach nur hassen und runter machen wollen, kann man so geil arrogant sein. Weil du ganz genau weißt, dass genau das die Sachen sind, die dir einfach Todes triggern, dass du Erfolg hast und die nicht. Und wenn du denen das richtig schön unter die Nase hältst, dann regt die das einfach auf. Und das fühle ich einfach komplett, muss ich sagen. Wirklich, das ist das Einzige, wo ich arrogant bin, weil ich das einfach selber Todes feiere, Alter. Lern schneiden, entwickle dich weiter. Bruder, kannst du mir das beibringen, Alter? Meld dich bitte. Kannst du mich mal wieder so wegbangen? Und dann noch, wie findest du das Format? Ja, finden viele gut. Ich würde auch so eine 10 oder 9 geben. Ist halt, wie gesagt, doof, wenn da halt nur so 13 Leute mitmachen, ne? Das wäre schon, ähm, wäre schon cooler, wenn da halt mehr dabei sind, ne? Wie findest du dieses Formular? Was kann ich verbessern? Gut, das juckt uns ja kein. Würdest du wieder mitmachen? Ja. Uh, einer hat Nein geschrieben. Themaabhängig. Ah, ist sogar wirklich einer. Oh, lol. Oder das hier. Hey Tim, ich finde deine Videoentwicklung persönlich gar nicht schlecht. Chapeau für diesen Schritt. Ich kann mir die Videos von dir gerade einfach nicht mehr geben, da du in diesen immer unsympathischer rüberkommst. Das ist aber nur eine subjektive Einschätzung von mir. Die Zahlen sprechen dir offensichtlich dagegen. Aber bitte unterlasse diese Sketche. Das ist nicht so dein Ding. Sorry. Ob du nun wirklich zu einem älteren Stil, wie manche dieser Schreiber sagen, zurückkehren sollst, ist natürlich komplett dein Bier. Aber ich... Ja, also ich muss natürlich halt sagen, zum Beispiel zu diesem Stil, also halt wieder hinter die Kamera zu gehen, ähm, keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt, man kann es sowieso halt nicht jedem recht machen. Ich habe ja auch, glaube ich, einen Monat, nachdem ich das gemacht habe, auf KuchenTV eine Umfrage gemacht, wo halt auch die Leute abstimmen konnten. Jo, findest du das jetzt besser als vorher oder halt nicht? So, und da haben auch irgendwie, ich glaube, 80 Prozent haben gesagt, das ist in Ordnung. Also lass es so. Und 20 Prozent haben gesagt, nein, geh wieder zurück. Also du kannst es natürlich halt nicht allen recht machen. Es wird immer Leute geben, die das eine besser fanden als das andere. Selbst wenn es rein objektiv gesehen mehr positive Punkte gibt, als bei dem anderen so. Da kann man halt... Äh, 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 da kann man halt einfach nichts machen. So, ne, das ist halt... Aber ich finde das so persönlich halt deutlich besser. Und man soll die Videos ja auch so machen, wie sie einem halt selber gefallen. Klar, am Schnitt selber kann man wahrscheinlich noch arbeiten, aber ich finde so dieses Grundgerüst vor der Kamera finde ich auf jeden Fall deutlich angenehmer. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du definitiv mehr mit anderen YouTubern machen solltest. Vor allem dieser Anhaudi, der ist ein Supersympath und der hat immer Lust auf einen Kollab. Und jetzt kommen noch ein paar Trollantworten. Musik bitte. Mit Hass in der Betonung auf das Wort Hurensohn. Ey Tim, reagier auf meine Videos. Moin, bist du dieser KuchenTV? Ja, ich habe mich ja nur darüber lustig gemacht, dass sie sich sowas bestellen, wenn die, äh, nachdem die meine Videos geguckt haben. Wo kann man den Braunschweiger am besten feiern? Na, das würde mich sogar interessieren. Kannst du mich auch mal so wegbangen? Ja, Digga, machen wir Malnus-Blogger-Party in Braunschweig, Alter. Ach, war das ein Spaß. Kommen wir nun aber zu meiner Wertung. Ein paar Punkten. Gut, ja, das ist ja dann aber auch egal. Da geht es jetzt nur noch darum, ob die halt sein Format gut finden oder nicht. Ich habe das Video übrigens vorher schon gesehen gehabt, aber ich habe nicht so ausführlich in die Umfrage geguckt oder so. Das habe ich nur ganz kurz in Hamburg, habe ich reingeschaut. Auch nicht komplett, glaube ich. Ja, finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr nices Format. Ein bisschen was kann man ja immer mitnehmen, deswegen feiere ich sowas auch. Und viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, glaube ich.